Der Renault Talisman bietet mit 608 Litern einen der größten Gepäckräume in seinem Fahrzeugsegment. Die Rücksitzlehnen lassen sich ein Drittel, zwei Drittel umklappen und vergrößern so nochmals Raum und Länge des Gepäckraums. Die integrierte Skiklappe in der Rücksitzlehne ermöglicht den unkomplizierten Transport auch von langen Gegenständen. Je nach Fahrzeugausstattung kann die Gepäckraumklappe wie folgt geöffnet werden. Mit der Renault Keycard durch Tastendruck mittels dem Taster an der Gepäckraumklappe oder nach dem Einschalten mit der Hands-Free-Funktion. Diese Funktion ermöglicht das Öffnen der Klappe ohne eine Taste zu betätigen. Zum Öffnen der Klappe muss sich die Renault Chipkarte im Empfangsbereich befinden. Zusätzlich ist jetzt, wie gezeigt, eine durchgängige Fussbewegung von hinten nach vorne im Erkennungsbereich durchzuführen. Knall Knall Vielen Dank.